Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr bei Google Tabellen eure Zeilen oder Spalten fixieren könnt. Das geht eigentlich relativ einfach und ihr seht ja schon, ich habe hier eine riesige Tabelle. Die Daten sind natürlich alle frei erfunden und auf der linken Seite haben wir zum Beispiel sowas wie Vorname und Nachname. Und ganz auf der rechten Seite kommt zum Beispiel eine Spalte, wo wir jetzt unbedingt was abchecken wollen. Wir wollen hier zum Beispiel sehen, wann hatten wir denn die letzte Kontaktaufnahme. Und wenn wir da sind, dann sehen wir auf der linken Seite schon wieder gar nicht mehr die Namen, also Vor- und Nachname. Und jetzt kann man das natürlich so machen, okay, man kann das Fenster so verkleinern, dass man halt alles sieht. Aber eigentlich sieht man dann gar nichts mehr, weil die Schrift eigentlich viel zu klein ist. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Eine davon wäre zum Beispiel über die Spaltenbezeichnung hier, wenn wir die uns auswählen, hier mit linker gedrückter Maustaste alle zu markieren. Bis auf die letzte Kontaktaufnahme und dann über die rechte Maustaste zum Beispiel eben auszublenden. Aber es gibt eine andere Möglichkeit und die finde ich auch relativ cool. Und zwar habt ihr hier auf der linken Seite hier oben halt so ein Rechteck und ihr seht schon, das ist hier so ein bisschen dicker. Und die Hand, die seht ihr dann auch, wenn ihr genau über diese Linien da kommt. Und das könnt ihr verschieben. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, wenn wir hier runterscrollen zum Beispiel, sehen wir ja schon die Spaltenbezeichnung oben nicht mehr. Und wenn wir hier nach rechts scrollen, ja klar, dann verschwindet der Vor- und Nachname. Und um jetzt beides zu sehen, und zwar einmal die oberste Spalte und hier, also besser gesagt die oberste Zeile und die beiden Spalten, müssen wir das hier nur mit der Hand, ihr seht, die Hand ist jetzt, oder wird angezeigt. Wir können mit linker gedrückter Maustaste das halt runterziehen. Und das mache ich genau um eine Zeile. Und ihr seht, das rastet auch richtig immer zeilenweise hier so ein. Und ich nehme die erste Zeile und ihr seht schon, der Balken ist jetzt hier. Und jetzt können wir hier zum Beispiel runterscrollen und oben die Spaltenbezeichnung bleibt erhalten. Das gleiche halt für die Vor- und Nachnamen, das ziehen wir hier rüber, auch hier dockt das sozusagen richtig an. Spalte A, Spalte B und jetzt ist die Linie hier. Und wenn wir jetzt hier nach rechts gehen, über die Scrollleiste sozusagen, dann seht ihr, können wir alles gemeinsam sehen. Vor- und Nachname, letzte Kontaktaufnahme. Und selbst wenn wir runtergehen, bleibt uns das oben, also die Überschriften sozusagen, erhalten. Wir können das jetzt hier so wegziehen wieder, ja, also so wie wir das auch hingezogen haben. Aber es gibt halt auch die Möglichkeit, das über Ansicht fixieren und keine Zeilen zum Beispiel zu machen. Dann verschwindet das wieder bis nach oben. Und das gleiche halt fixieren und keine Spalten und dann sind die weg. Ihr habt ja auch schon gesehen jetzt hier Ansicht fixieren. Hier könnt ihr zum Beispiel auch direkt sagen, ihr wollt zum Beispiel nur die erste Zeile oder zwei Zeilen. Bei zwei Zeilen, ja, macht das manchmal Sinn, wenn ihr zum Beispiel noch eine Überschrift darüber habt und so weiter. Aber ich nehme jetzt mal eine Zeile, klick darauf und dann seht ihr, dass der Balken jetzt sozusagen hier. Und wenn wir das mit den Spalten genauso machen wie eben, dann müssen wir nur auf Ansicht fixieren und meinetwegen zwei Spalten gehen. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit und ich nehme das jetzt erstmal weg, indem ich einfach mit der Hand oder mit dem Handsymbol das hier wegziehe. Und stellt euch mal vor, ihr habt jetzt noch ein paar Zeilen mehr und ich füge einfach mal welche ein über die Zeilennummern hier. Ich markiere mir das einfach mit linker gedrückter Maustaste rechts, also linker gedrückter Maustaste auswählen sozusagen die drei Zeilen oder markieren halt die drei Zeilen. Und dann sage ich einfach mal drei oben einfügen, dann haben wir jetzt oben drei leere Zeilen und das gleiche mache ich mit Spalten. Über die Spaltenbezeichnung hier oben werde ich einfach mit der rechten Maustaste darauf gehen und sagen Spalten einfügen, also drei links einfügen und dann seht ihr, sieht das so aus. Und ihr habt jetzt natürlich die Möglichkeit, wenn ihr das so haben wollt, dass halt Nachname, also Vorname Nachname bestehen bleibt und wieder auch Vorname und Nachname, dann könnt ihr das zwar immer noch machen, hier über diese Handsymbole, das hier zu verschieben, aber ihr könnt zum Beispiel auch sagen, ihr klickt hier einfach diese Zelle an und geht auch auf Ansicht, fixieren und dann bis zur ausgewählten Zeile, klack. Und dann seht ihr ganz genau, das was markiert ist, bleibt bestehen und ihr habt ja gesehen, jetzt haben wir die Zeile fixiert und zwar genau das, wo jetzt die Zelle markiert ist, bleibt bestehen halt. Und das gleiche können wir halt machen mit Ansicht fixieren und bis zur ausgewählten Spalte fixieren sozusagen, klicken hier rauf und dann seht ihr, ist der Balken sozusagen hier unter drunter und wenn wir jetzt hier über die Anfasser das hier runterziehen, dann seht ihr, bleibt das auch alles so bestehen und wir sehen jetzt Vorname, Nachname, letzte Kontaktaufnahme, alles auf einen Blick. Kann ja sein, dass ihr hier oben ein Bildchen habt oder sonst irgendwas oder Überschriften und noch eine Bezeichnung dafür und so weiter. Solche Möglichkeiten gibt es natürlich viele, aber ihr habt gesehen, die schnellste ist ja dennoch immer hier über diese Handsymbole das Ganze nach links oder rechts zu schieben, so wie man das haben möchte. Ich löchte jetzt hier wieder rechte Maustaste, einfach markieren rechte Maustaste und dann Zellen 1 bis 3 löschen, das gleiche für die Spalten, einfach hier oben markieren mit linker gedrückter Maustaste. Rechtsklick und dann Spalte A bis C löschen und dann sind wir auch schon fertig. Das war es eigentlich auch schon, ich hoffe der ein oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich freuen, ihr wisst ja Bescheid. Ich freue mich über einen Daumen hoch natürlich und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir wieder sehe. Alles klar, bis dann, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020